So Leute, ganz kurze Einmeldung. Einige von euch haben es bestimmt schon mitbekommen. Mehrerer Medienberichte zufolge wurde Oliver Janich wohl verhaftet auf den Philippinen. Kürzlich. Soll wohl nach Deutschland ausgeliefert werden. Ich hatte mir schon überlegt, Stefan Magnet, also schreibt man wie Magnet, wird aber glaube ich Magnet ausgesprochen. Er hat eine Aufnahme gemacht und ich hatte mir am Anfang überlegt, die hier irgendwie einzuspielen, aber wisst ihr was, könnt ihr euch auch selber anhören. Zum Beispiel auf seinem Telegram-Kanal, ja, den werdet ihr schon finden. Oder ihr gebt einfach einen in irgendeiner Suchmaschine, Oliver Janich verhaftet, da werdet ihr auch einiges dazu finden. Habt es auch erst jetzt erfahren. Und das macht natürlich was mit einem, ja. Ist doch ganz klar. Gerade, wenn man den auch schon länger persönlich kennt. Ja. Und auch ich habe ja schon die ein oder andere Sendung mit ihm gemacht. Ja, natürlich war ich nicht immer in der Meinung mit ihm, gerade auch wenn es darum ging, hier die Leute dazu aufzufordern, eine bestimmte Partei zu wählen als sogenannter Anarchist. Aber die Sendung kennt ihr ja vielleicht noch. Ja, da habe ich ihn ja mal zur Rede gestellt diesbezüglich. Aber wir haben auch über viele andere Sachen gesprochen hier in meiner Show. Ja. Ich denke, die meisten haben das auch gesehen. Und. Dennoch. Ist es gerade jetzt. Besonders wichtig. Irgendwie zu versuchen, cool zu bleiben. Auch wenn es schwer fällt. Sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Und sich nicht, im schlimmsten Fall sogar, verheizen zu lassen. Nicht mehr mitmachen, lautet die Devise. Jetzt erst recht. Ja. Keine Energie mehr reingeben. Guckt euch auch meinen Beitrag dazu an. Die finale Phase. Und auch vor kurzem erst erschienen Fallschirm. Da sage ich noch mal einiges dazu. Bis dann. Bis dann. Bein. Untertitelung des ZDF, 2020